ladies and gentlemen willkommen zu einer neuen folge how to bauing portale in level 21 ach ja steht ja da so weit ist es schon ja wir sind quasi im letzten paket des dlcs wir haben noch zehn kammern vor uns und ich glaube nicht dass es einfacher wird aber was schön ist wir haben hier beschleunigungssoße das heißt wir können hier volle kanne durch problem ist nur britzel haben wir cubes wir probieren einfach aus gut wer hätte das gedacht ich glaube wir müssen was bauen das hier oben reingeht dann da unten drauf und dann drücken wir den knopf und das bringt eigentlich gar nichts das ist totaler quatsch ständig mit einem fallen lassen so hat funktioniert bin ich fest von überzeugt pass mal auf first try falsche portal jetzt first try ich habe was vergessen man sollte dann auch dementsprechend eine brücke hin bauen first try in 2 ich glaube ich habe wieder vergessen das funktioniert allerdings bin ich mit dem ergebnis hier nicht ganz so zufrieden dann machen wir mal ein paar mehr dreiecke rein und dann könnten wir eigentlich auch noch hergehen und das abstützen weil im konvoi wird doch nichts let's go oh scheiße nein nein warum hält denn das nicht die idee war so gut die idee war so gut die idee war so gut ich bin mir selbst war so gut ich bin mir selbst Kleinere Optimierungen sind halt mal von Nöten. Ja, guck mal, jetzt wirkt das hier. Es ist immer einer. Ja! Chef? Ah ja. Nee, ich muss was melken. Wir haben ja so einen Kandidaten, ne? Der gelbe Stablinski. Einer. Der gelbe, genau. Sieben sind durch. Einer denkt sich so, nö, ich hab heute kein Bock. Arbeitsfreiweigerung, nicht? Dachte ich mir schon. Was ist mit dem? Feuern? Oder ab in die grüne Pumpe? Feuern. Ich kümmere mich drum. Es ist Wahnsinn, wie lang dieser Akku hält, ne? Oh, jetzt hab ich den Balken verloren. Einen. Der Akku ist hier eine Woche drin. Ah, noch zwei Balken. Wahnsinn. Und es ist warm hier. Leck mich am Arsch. Pass schon. Dreh ihn um. Ja, 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 ja. Es hat funktionierrt. Nächstes Level 22. Ah, ich freu mir. Drei Wege. Oh jott. Oh ne, Kasse. Da muss man immer so viel nachdenken. Das kann ich um. Halb zwei ne mehr. Oh, die Uhr geht hier falsch. Wir haben keine Sex. Boah. Okay. Da muss was deaktiviert werden. Da muss was deaktiviert werden. Und da. Einigen wir uns darauf, es muss alles gedrückt werden. Und einigen wir uns darauf, wir müssen Portale hin. Wer fährt denn zuerst? Oh. Unten ist die 1, 2, okay. 1, 2, 3. Fährt der zufällig ganz von alleine schon da rein? Ja. Macht er. Okay. Der ist ja easy. Der müsste jetzt eigentlich auf irgendeiner Ebene landen, oder? Ja gut, ich muss vielleicht auch was bauen. Stabil. Dann landet der auf jeden Fall schon mal hier oben. Ich merke nur gerade, damit das nichts bringt, weil dahinter ein Laser ist. Oh. Ups. Ei, 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 ei. Oh. Der muss nicht da hin. Können wir alles hier rausschmeißen. Hätte ich mal... Klar, der... Natürlich, der muss... Ach, das hätte ich auch hier lassen können. Ich bin so... Ich bin so doof einfach mal. Machen wir es halt so. Hält. Klar, der muss in die Ebene 2, weil da ist kein Laser. Ich bin auch... Ich bin auch ein bisschen doof. Wundermann schmalkt. So, dann ist nämlich... Ich merke gerade, das ist komplett Quatsch, was ich hier mache. Kann man hier auch noch? Nö, kann man nicht. So. So. Das kann weg. Das kommt da hin. Nö, 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 Nö. Kommt da hin. Dann Nö, 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 Nö. Gucken wir gleich. Warte, dann machen wir direkt richtig. Oh. Der kommt zu früh. Äh, das ist jetzt belastend. Ich hasse das. Wenn ein Plan nicht geht. Hm, und jetzt? Also. T1, zack, der muss... Naja. Sind wir mal ehrlich. Geht schneller. Brauche ich doch nicht. Quatsch. Gut. Wir kommen weg. Nummer 3. Den brauche ich da. Problem ist jetzt nur... Oh, geht das? Das macht keinen Sinn, ne? Achten wir nur auf den Dritten. Der Rest ist jetzt völlig irrelevant, was damit passiert. Okay, der kommt da ja mit Nullschwung an. Da, okay. Ja, der kommt mit Nullschwung. Mit Nullschwung. Alles weg. Der muss trotzdem da hin. Kann ich den irgendwo Schwung geben, Nö, ne? Ich habe hier, weil unten überall Plurre ist. Sehe ich da keine Chance. Schade. Hm. Hm. Nummer 3. Warte mal, was ist denn? Eins fährt jetzt. Zwei. Ich könnte doch die 3 auch oben lang gleiten. Warte mal. Und die 2... Warte mal. Die 1 hier. Check. Die 2... Ach man, ich bin auch zu blöd. Ach nee, ich muss ja mal gucken, mit wie viel Schwung der da rauskommt. Mit genauso wenig. Was ist denn, wenn wir... Kriegen wir den irgendwie da unten hin? So, und dann... So. Ja, jetzt haben wir nur hier ein Problem. Das machen wir runter. Das würde niemals funktionieren. Aber die Idee war gut. Ja, was steht... Oh, ich kann den hier viel, viel länger machen. Oh. Ähm... Oh. Oh. so ach komm ernsthaft nervt selten so intelligent gewesen nein das geht gar nicht der kommt mit zu wenig schwung warum ist das nicht deaktiviert worden das macht die 1 ach so jetzt aber der wird doch deaktiviert die beiden der wird deaktiviert durch die beiden also der erste der springt der springt drüber die sau ich will nicht mehr ich habe das gefühl je mehr ich das verändere desto mehr desto mehr instabiler wird jetzt kommt er zu spät jetzt muss ich die brutale wieder tauschen so check 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 sehr gut jetzt muss ich die nur noch irgendwie zusammenführen wie geht es das ist ok den hier unten den kommen im portal da hochspülen glaube ich oh ne aber so können wir es machen dann reicht es nämlich wenn ich einfach hier ganz simpel das reicht so gerade nicht guck es dir an guck es dir an ich habe doch keine ahnung oh gott was für ein winkel der kommt das habe ich ja gar nicht bedacht das wird natürlich nix machen wir das ganze so perfekt der winkel gefällt mir noch nicht kann ich ja noch höher machen noch höher noch höher noch höher naja dann prallt der auch so doof hier drauf nur so zur abfedern weißt du wir wollen ja die brücke hier nicht zu sehr belasten kriegen wir Ärger mit dem Statikeramt naja schauen wir auf das irgendwas ich bezweifle es irgendwie es fühlt sich toll an wenn ein plant funktioniert nummer 23 zurück zu den würzeln was heißt zurück zu scheiße ah guck mal also Moment wir sind uns doch einig dass der da rein muss ach so natürlich ne alles gut ich war nur wieder doof wie immer natürlich passt das nicht ich muss das ding jetzt irgendwie hier rumleiten easy hat man geschafft Sieht zwar komisch aus, die Konstruktion, aber ist egal. Haben wir. Was macht das da unten? Da ist ein Cube. Ah, jetzt weiß ich, was zurück zu den Wurzeln ist. Wir müssen das rausleiten, dann rumplümsen lassen und dann wieder quasi zurückfallen. Ach, ich bin doof. Also quasi so und dann irgendwie... Das wird nix. Das wird lustig. Das wird lustig. Es hat funktioniert! Okay. Detama, 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 detama. Gut, dass ich jetzt geguckt habe, was das auch auslöst. Das ist offen. Kommen da wieder zwei? Ne, drei. Eins. Ne, nur einer. Da ist ja auch noch was. Das ist ein Knopf. Ne, das macht keinen Sinn. Warte mal. Äh, zurück. Zurück. Ich muss hier unten lang. Wie geht denn das? Ach, das ist auch noch so ein Ding. What? Und das wird... Ach, du Scheiß. Ich glaube, ich kann meinen ganzen Plan wieder in den Haufen schmeißen. Ich freue mich. Auf geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das mach ich mal weg Ne, warte mal Doch, das ist doch richtig Entschuldigung Äh Plüm Oh Gott Oh, oh, da hat aber einer ganz schiefen Blick heute drauf, du Stabil Hängt Nein Nein, ich hab den Knopf nicht gedrückt Oh, nee Äh, wir tauschen einfach die Portale aus Natürlich Ja, klar, easy Da hab ich ja nicht selbst drauf gekommen Da bin ich ja, aber Oh, die Arme Der landet rückwärts Moment So Nee, da Oder Oh, shit Oh, nee Warte mal Jetzt hebe ich das ja alles wieder auf Können wir da tricksen? Hält das? Das hält Äh Nope Forget it Das ist Ich hab das doch Manu Warum läuft der jetzt wieder rückwärts? Ey, ich werd hier noch bekloppt Achso, weil ich den da drehen muss Jetzt ist er richtig Nee Jetzt ist er wieder falsch Ich glaub, das ist mittlerweile am weitesten entfernt von dem, wie es sein soll Aber es funktioniert Konvoi, es sind ja nur drei Stück Warum war mir das so klar? Höh Ähm Höh Na, endlich Na, endlich Speichern Feierabend 2.30 Uhr, ich hab keinen Bock mehr Bis zum nächsten Mal, tschüss